Unser Package Sonnenskilauf ist special, weil wir vom Hotel Elisabeth aus die Möglichkeit haben, in zwei der absoluten Top-Skigebiete in Österreich einzusteigen. Zum einen ist es das Skigebiet Kitzbühel und zum anderen das Skigebiet Wilder Kaiser-Brixental. Bei guter Schneelage fahren wir auch bis ans Hotel direkt heran und sind nach zehn Metern Fußweg auch schon in unserem Skistad. Die Inklusivleistungen des Package beinhalten neben den Nächtigungen in der Kategorie Zeinlach auch einen Skipass, einen 20 Euro Spa-Gutschein pro Person, nebst den gesamten Inklusivleistungen des Hotel Elisabeth inklusive drei Viertel Genusspension.